Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rahmig, Sämig, so klingt es durchs Bandenweg, wenn wir in der GOB-Konsumentensjury unser Bio-Joghurt testen lassen lassen. Das ist kein Zufall. Die Milch für das Bio-Joghurt stammt nämlich ausschliesslich von Bauernhöfen, die nach den strengen Richtlinien der Vereinigung Schweizerischer Biolandbauorganisationen, VSBLO, geführt werden. Auf chemisch-synthetischen Dünger und auf Pflanzenschutzmittel wird komplett verzichtet. Und artgerechte Tierhaltung, das ist ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Produkte wie das Bio-Vollmilch-Joghurt von GOB, die nach den strengen Richtlinien vom VSBLO hergestellt wurden, werden mit den Bio-Knospen speziell gekennzeichnet. Sie haben also gewährt, dass es garantiert biologisch hergestellt wurde. Das Bio-Joghurt ist bei uns auch mit Ebbbeere, Aprikosen und Heidelbeere natürlich ebenfalls aus biologischem Anbau erhältlich. Im Vergleich mit den gewöhnlichen Joghurten wirken die Bio-Joghurt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen farblos. Das kommt davon, weil sie nur Früchte enthalten und nicht zusätzlich, wie üblich, zum Beispiel mit Randensaft gefärbt werden. Lassen Sie sich aber nicht täuschen. Vom Geschmack her sind sie unschlagbar feiner und einfach natürlicher. Dass Bio-Joghurt ein bisschen teurer ist, werden Sie vermutlich selber festgestellt haben. Bauern kommen aber für ihren Mehraufwand über 12 Rappen pro Liter Milch mehr über. Ausserdem kostet natürlich separate Sammeln, Transportieren und Verarbeiten mehr. Alles Anstrengungen zugunsten des naturbelassenen Produkts und für unsere Kunden. Die Auswahl an abwechslungsreichen Herdöpfelgerichten in unserer Tiefkühlabteilung ist jetzt um eine weitere Spezialität reicher geworden. Neu von Goldstar gibt es jetzt nämlich Rösti Julienne. Diese Portionen aus rassig gewürzten und fein gegrabbten Herdöpfel, Rüebli, Lauch und Sellerie noch tiefkühlt in der Bratpfanne, im mittlerer Hitze etwa 10 Minuten Brötchen, auf einem Salatblatt anrichten und schon ist es unkompliziertes, aber lustigstes Nacht Parade. Aladin ist nicht nur ein Welterfolg, der jetzt im Kino läuft. Aladin ist auch ein riesen Hit von Gobe und Nestle, der jetzt in unserer Läden stattfindet. Bouillon, Bratensauce und Suppe von Maggi, Nescafé Gold und Nesquik und verschiedene Markenschocken von Nestle offerieren wir Ihnen während der ganzen nächsten Woche zum Aktionspreis. Eine wahre Schatzkamera, wo man sich drin kann nach Herzenslust wie den Aladin bedienen. Drei Wünsche hätte der Flaschengeist dem Aladin wollen erfüllen. Wir hingegen verlassen 18 Mal eine exklusive Aladin-Reise nach Paris ins Euro Disney und viele schöne Rucksäcke als Trostpreise. Teilnahmeschein gibt es in Ihrem Gobe-Bladen, dort wo die grosse Aktion von Gobe und Nestle stattfindet. Also mitmachen und mit ein bisschen Glück abfliegen mit den Air France nach Paris ins Euro Disney. Von der bekannten und beliebten Gloria können wir Ihnen heute zwei absolute Neuheiten vorstellen. Stylingprodukte, Haarspray und auch Umwelteinflüsse können Rückstände auf den Haaren hinterlassen. Das Haar wird dann matt, kraftlos und lässt sich nicht mehr gut frisieren lassen. Dagegen hilft das neue Clear Shampoo von Gloria. Es befreit Haar von allen hartnäckigen Rückständen. Wir offerieren es Ihnen zum attraktiven Einführungspreis. Sind Sie auch schon lange auf der Suche nach einem Haarspray, den man nicht pümpeln muss, der aber trotzdem keinen Treibgas enthält? Die neuen Haarspray von Gloria haben jetzt reine Luft als natürliches Treibmittel. Sie funktionieren gleich wie ein bisheriger Haarspray, sind aber umweltschonend. Eine absolute Neuheit. Die neue Haarspray von Gloria gibt es als mittlere und starke Fixierung zum attraktiven Einführungspreis. Die neueste Umfrage, die wir machen haben, hat gezeigt, dass nach wie vor der grösste Teil von unseren Zuschauern stark an den Aktionshinweisen interessiert ist. Darum auch heute ein paar Beispiele. Bei GOP kommen Sie das 1 kg Nätzli spanische Klementine über für nur 1,70 Euro. Und das 4-Saten-Brot für nur 1,35 Euro. Verschiedene Gaillet-Schocken sind jetzt in Aktion. 5 Tafeln Gaillet-Nuss zum Beispiel gibt es für nur 5,95 Euro. Ausserdem offerieren wir Ihnen Techstar Jogging-Anzüge für Kinder schon ab 15 Franken. Und hier noch der GOP-Preisabschlag. Die Arni-Milch-Schocki kostet von jetzt an nur noch 1,20 Euro. Und auch im GOP-Restaurant kocht man wie immer gut, aber günstig. Ein Bulepigata-Mailänder-Art mit Risotto und Blattspinat kostet dort nämlich nicht mehr als 8,20 Euro. Für heute bin ich am Schluss. Es hat mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben. Hoffentlich sind Sie auch am nächsten Mittwoch wieder dabei. Auf Wiedersehen!